Hallo, mein Name ist Form. Ich habe ein Buch gemacht, das heißt von 0 auf 1. Es kommt am Freitag, den 27.11.2020 raus und ich wollte ein kleines Video noch machen, um euch zu erklären, was es mit dem Buch auf sich hat, weil manche Leute lesen nicht mehr so gern und ich will aber trotzdem, dass ihr wisst, was das soll und natürlich kaufen, kaufen, kaufen. Das Buch heißt von 0 auf 1, weil es darum geht, aus der 0 zu kommen in die 1, Hauptsache immer loslegen, Hauptsache immer was machen und ich will nicht selber zu viel interpretieren, aber es ist besser als in der 0 zu sein. Es beinhaltet viele, viele kleine, ganz kurz gefasste Gedanken, Aphorismen. Es ist eine Art Offline-Twitter, wenn man so will. Es ist handschriftlich und es sind auch Gedichte dabei und Zeichnungen, gekritzelt etc. Es ist tatsächlich so entstanden, dass ich einen Flyer bzw. früher als die Website, meine alte Website online ging wieder, habe ich so Flyer verteilt von Hand. Ja, so große, also so große, so kleine Flyer, auf denen fifaform.de stand, weil ich wollte auch, dass die Leute auf die Website gehen. Ist ja sinnvoll, um zu zeigen, was man so macht. Und dann habe ich ein paar Jahren später die Website neu gemacht und dann gemerkt, ey geil, das funktioniert voll gut, es macht Spaß und innerhalb von zwei Wochen hatte ich so 200 Stück dabei. Die haben die Leute bekommen, die meine CD gekauft haben damals. Doppel EP, Form und Prim. Das ist jetzt unter Form Prim entstanden, ist alles noch zu viel für dieses Video, um die ganzen Namensdinge zu erklären. Und diese kleinen Flyer, die habe ich verteilt. Die Originale haben die Leute bekommen, die die CD gekauft haben. Ein paar sind noch übrig, die kriegen die Leute, die jetzt vorbestellen bzw. die das kaufen, ein Original rein. Und die anderen sind halt eingescannt. Plus eben die Gedichte, plus noch weitere Zeichnungen und Ideen etc. Das alles zusammen ist in diesem Buch. Und es ist vor allem im Prinzip eine Art von Coaching-Manifest für Gutmenschen. Eine Art Empowerment dafür, in dieser Welt nicht verrückt zu werden und trotzdem sich einzusetzen, dass es besser wird. Für einen selbst, für alle anderen auch, die keine Arschlöcher sind und natürlich auch etwas gegen Arschlöcher machen. Das darf nicht vergessen werden. A5, Querformat mit Ringbindung, 248 Seiten. Bei mir zu bestellen, demnächst auch in ein, zwei Buchläden. Ich versuche mich zu kümmern. Soviel dazu erstmal. Wenn es Fragen gibt, immer rein damit. Es kommen noch ein, zwei Videos. Jetzt erstmal einen schönen Tag, würde ich sagen. eine Einmal im Du hast Produkst Du hast Du hast Dust Du hast Du hast Du hast Vielen Dank.